Hier muss er Ziegel rein nennen. Hast du noch Cleanstone? Jo. Jetzt den Boden noch, auch noch mit Cleanstone. Da kannst du noch ein Steinziegel reinhauen, wenn du hast. Wow. Ach, schade. Äh, was denn? Nix, nix. So, da habe ich ein Steinziegel dabei. Jo, hier. So, was wird denn hier geschrieben? Ähm... Der Mojo fragt, was handwerkert ihr da eigentlich wieder zusammen? Ja, ich und der Blazy. Der Blazy und ich nicht. Ah, der Esel nennt sich wieder. Ähm, wir bauen hier jetzt die Zuckerrohrmaschine. Ja. Wow. Der Paul hat den Bahnhof abgerissen. Oh, der ist noch bei. Ja, ist schon fertig abgerissen. Was machst du jetzt, Paul? Ja, das mach ich. Ich setz gleich abends im Nähe vom Berg mal so zwei, drei kleine Häuschen hin für die Dorfrufe. Ah, okay. So kleine. Standard Toiletten oder sowas. Der Jeyer, der baut am Garten weiter. Und der Manu baut irgendeinen Wall. Äh, bieb, bieb. Heißt der ja heute. Everybody sleep now. Und, äh, die Tür ist offen. Ach, weil da eine Spinne draufsteht, alles klar. Blazy schläft die ganze Zeit spannend. Ich bin eine Spinne vor der Tür. Ach, mich stört die nicht. Ich hab's tot gemacht. ZolliX3000, herzlich willkommen streamen. Ja, was baust du? Hab ich ja gerade gesagt. Wird eine Zuckerrohrmaschine. Stevie schreibt und alles beim Alten, Crew mäßig um Minecraft. Ja, GTA zocken wir zur Zeit ja gar nicht. GTA ist irgendwie tot. Ich war letztes Mal ganz kurz mal wieder in GTA. Aber dann war ich da irgendwie zehn Minuten da, wusste nicht, was ich machen soll und bin wieder rausgegangen. Henne, grüß dich, herzlich willkommen. Schön, dass du auch da reinschaust. So. Na, Paul, was los? Oh, nichts, alles gut. Everybody dance now, oder wann? Aber selbstverständlich. Everybody dance now. Din, 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 din. Ach, ey, kann heute nicht zielen, ey. Noch kein Zielewasser getrunken heute. Guten Tag, sagt Hanuta XD. Grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Jetzt krieg ich Hunger, nur weil er Hanuta heißt, ey. Lang nichts mehr gehört. Ja, richtig, ja, ne? Auch von dir lang nichts mehr gehört. Aber ich war ja ein bisschen inaktiv zur Zeit, ne, in letzter Zeit. Ein bisschen viel Stress gehabt. Alles klar bei dir, Henne? So. Hast du Zuckerrohr da? Ah, warte, warte mal. Ja. Da müssen wir ja die hin. Da müssen wir ja die hin. Müssen wir mal gucken, wie wir die Kisten am besten positionieren. Ob wir die auch gleich auf diese Höhe mit positionieren, wäre das logisch, oder? Ja, ich würde sagen, da in die Mitte. Ja, genau. Ja. So. Genau. Das sagt jeder, sagt Hanuta. Also bist du so mal, stöderst du alle Streams mal durchs, sagst Hallo, damit ihr immer Hunger kriegt. Der Spargel, so bin auch wieder da, sagt der Spargel. Spargel, Hetzel, komm, Stream. Na. Geht's dir schon ein bisschen besser? Äh, Stiffy schreibt ja, ich, nur mehr Watch Dogs, FIFA 16, Formel 1 und selten Minecraft, da es alleine keinen Spaß macht. Alleine kann schon Spaß machen. Aber macht immer mehr Spaß, mit anderen zu zocken. Das stimmt aber wieder. Watch Dogs, hat mir gar keinen Spaß gemacht, habe mir nach einer Stunde wieder ausgemacht, nie wieder angemacht. Hennisch schreibt, Bänderriss im Handgelenk, aber sonst gut selbst. Oh, kannst du mit wenigstens noch zocken? Das ist die Hauptsache. Gute Besserung auf jeden Fall. Oh, das hat schnell wieder funktioniert alles. Gamerfahr, XX. Hi, ich bin YouTuber. Schön. Spargel schreibt, nö, schlimmer. Na, super Spargel. So, what, Blasey? Trichter? Trichter, bitte. Äh, KSD, Trichter. Wir haben nur 10 Trichter, ne? Da muss ich glaube ich noch welche bauen. Ich hab dir die jetzt hingeworfen. Ähm, klar, sagt der Henne. Wie viel Trichter brauchen wir insgesamt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, vierzehn, fünfzehn, sechszehn, acht. Sag mal, wie viel du noch brauchst gleich? Spargel, tu dir mal ein Bier, sagt der Mojo. Stevie sagt, Watch Dogs ist voll cool. Findet ihr es nicht toll? Nein, ich find's scheiß. Nein. Mir hat's überhaupt keinen Spaß gemacht, überhaupt nicht. Acht, ey. Ah, wenn's dir Spaß macht? Warum nicht? Wie viel? Acht. Acht. Okay. So, Bleezy, Trichter. Wieso brauch ich den nicht selbst an, ich Arschloch. Foul. Dann brauchen wir jetzt noch Redstone-Kisten am besten, ne? Damit wir den ineinander platzieren können wir. Warum hat der Zweikisten da? Hä? Heißt doch. Wie meinst du das? Zweikisten reicht noch. Ach, das hier, das reicht doch. Ja, klar, reicht ja auch. Ich darf das ringsrum. Aber so reicht doch. Hast ja recht. So. Ja, und wenn das gewachsen ist, dann einfach, zack. Nee, du, Bleezy, da gehen wir zusammen rein. Everybody needs it, din, 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 din. GMAF, FA. Vielen Dank fürs Follow, herzlich willkommen. So, was geht jetzt noch hier ab? Wer ist Streifen? Den kenne ich nicht. LPG, Steffen. Spargelau geschrieben hat, heißt Streifen. Du bist LPG, Streifen. Den Namen hast du weg. Stiffy schreibt, ist voll interessant das Spiel. Wieso mögt ihr es nicht? Jeder wollt es und dann mag es keiner. Ja, weil, weil es schlechte PR gemacht hat einfach auch. Es hat rumgelogen eigentlich. Es hat schönes Material gezeigt auf E3. Es sah saugeil aus und dann kommt es da raus und hat eine relativ schlechte Grafik und ein scheiß Gameplay und eine blöde Story und... Tja. Ich will schon fragen, wie die Story war. Dennis, 738, hi, grüß dich, willkommen Stream. Nein. So, bauen wir das auch wieder ab. Zack, zack. So, ich bin in ein, zwei Minuten wieder da, Leute. Bis gleich. Jo, auf Wiedersehen. Kommt ihr auch mit in Neda? Ich brauche da nichts, ich brauche davon nichts. Okay. Schauen wir fest, wie ich eigentlich müde bin. Ich habe 21 Level irgendwie. Ich habe auch 21 Löffel. Und dann komme ich mit und dann müssen wir gemeinsam sterben. Ja, oder wir holen uns ein bisschen Quarz und dann haben wir 30 und dann können wir uns... Äh, nur für den Quarz würde ich da hin gehen. Na, na, fack. Ich weiß schon, haben wir den mal wieder zurückgesetzt irgendwie? Ja, letztes Mal hat er noch zurückgesetzt. Deswegen müssen wir doch nochmal raus. Ich bin von mir gerade nicht sicher. Jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher. Aber ich dachte nicht. Doch, ey. Sehr schön. Ach, wir tun jetzt mal so, als ob... Wird schon klappen, ne? Tari, Tari, Tari. Ein, zwei Minuten. Ah. Ah. Stevie schreibt, die Details von Spiel ist der Borna. Weil Leder was anderes macht. Ich glaube, du meinst das Feature, dass die ganzen Passanten und so, dass du die halt hacken kannst. Und gucken kannst, was die so beruflich machen, weil die... Was die für Hobbys haben und so. Aber das... Das ist am Anfang noch ganz cool gewesen so. Aber auf Dauer ziemlich langweilig richtig. Aber wie gesagt, wenn du Spaß dran hast, warum nicht? Kann man hier auch joinen? Nein, leider nicht. Denn es... Zurzeit lasse ich erstmal keine neuen Leute rein. Vielen Dank auf jeden Fall für dein Follow. Herzlich willkommen. So. Blaise, ich würde sagen, wir machen mal die Kiste hier leer. Da müsstest du mir mal bei helfen, weil ich kann nicht so viel tragen. Ja, ich habe jetzt mein Inventar jetzt leer gemacht. Das ist für mich den Rest oben. Und nimm das dann mal mit ins Lager. Auch die Betten hier mal. Die können wir auch mal langsam wegwerfen. Ach, ich kann kein Bett mehr tragen. Feuerstein wegwerfen. Scheiß drauf. Und dann bereiten wir uns mal zusammen auf den Neta vor. Everybody Neta hat den, 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 den. Everybody sterben. Ach ja. Mit 21 Level. Todes-Counter bauen. Wir hatten lange keinen mehr, ne? Nee. Wann gab es den letzten Todes-Counter? Das war da, wo mit Schweine-Pigmen passiert ist. Oh, oh, hier entsteht was Schönes. Ich bin gespannt. Und das ist der Hausmeister, Willi, so wie es aussieht. Ja, das wird einfach nur... Schön weitermachen, Hausmeister. Sieht schon gut aus. Ja, das wird einfach nur das blöde Ding da für die Dorfbewohner, wenn ich es mal finde. Der blöde Ding, der für die Dorfbewohner. Der redet ab nicht immer so schlecht. Das wird ein sehr schönes Wohnhäuschen für die Dorfbewohner. So. Sie landen in meiner Nachbarschaft. Flüchtlinge. Flüchtlinge auch in Minecraft. Auch die müssen hier versorgt werden. Dennis 738, also irgendwann könnte man schon joinen, oder? Ja, das kommt immer ganz drauf an. Erstmal müsstest du auf jeden Fall 16 sein. Dann hast du schon mal eine viel größere, höhere Chance. Aber ich glaube, das dauert ein bisschen, bis ich wieder neue Leute reinlasse. Weil wir eigentlich schon ein gutes Team so zusammen sind. Und manchmal sind wir echt voll. Daher sieht es erstmal schlecht aus. Jedenfalls bei Minecraft. Vielleicht in anderen Spielen irgendwann mal. Aber bei Minecraft sieht es eher schlecht aus. So. Elf Zuschauer, herzlich willkommen. Schlaf, schlaf, schlaf. Ja, ich würde sagen Nacht für die Haier, oder? Nachti Nacht Nacht. Nachti Nacht Nacht. Nachti Nacht Nacht. Gute Nacht. So, ich nehme mir hier noch ein Bett mit Vorsneter. Fortneter? Nee, oder? Ja, da in diesen hässlichen Raum. Wozu? Und dass wenn ich sterbe, dass ich da wieder spawne. Ja, du musst da drin gelegen haben, einmal, ne? Damit du das als respawnpunkt registriert. Ja, ja, stimmt. Ja, wir respawnen ja jedes Jahr auch nicht so weit weg. Denn kleine Stückchen kannst du auch kennen. Und außerdem sterben wir nicht, Blazy. Ja, stimmt. Ich denke, du wolltest unbedingt. Jetzt hast du es noch verholt. Okay, wenn du sterben möchtest, darfst du gerne sterben. Das ist aber nicht. Der Bruder fragt, was rauscht da so wie am Meer? Dann war der Regen in Minecraft. Das Meer, eindeutig. Wo soll ich die Betten hin machen? In die Bettenkiste. Nee, hau die in die Deko-Kiste. Hier oben in die Deko-Kiste, ja. Also. Das holst du nicht mal mit. Eichenholz lass ich mal hier. Äh, Tiere-Druck-Kiste. Ein Sand. Wollen wir mal kurz, ich muss mal kurz telefonieren. Bin gleich da. Juhu. Die Karte kann ich auch hier lassen erstmal. Hast du auch einen Youtube-Kanal? Ja, der Mojo hat das reingepostet. Vielen Dank, Mojo. Ähm. Schere rein. Ich baue was zum Hochbauen im Nether. Nämlich am besten Nether-Rack mit. Kann ich mir auch was abbauen da gleich. Ist ja egal. Obwohl, was habe ich hier für Nether? Ich habe da Glück, das ist so weiss. Spitzhacke. Das ist nicht gut. Hm, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.